hey leute was geht ab hier ist winnie von msgamer tv vielen dank dass wir eingeschaltet habt und willkommen zu einer neuen folge von leech of legends featuring wukong dem monkey king mit dem martin und dem steve jawohl so sieht es auch so ich schon am anfang mal ein bisschen durch damage und rüstungs durchdringung hier gegen skarner nasus shogav und sion sind ja alle so ein bisschen tanky und ich bin natürlich gleich nicht wenn ich dir zuvor kommen glaube ich habe nicht mehr die gehen gerade im moment intensiv immer auf mich ja du bist aber fernkämpfer du kannst wenn du aus der zweiten reihe oh mein gott ich hab die bombe bleib bloß weg von mir vincent wo ist die bombe ich bin der bombe man hat jemand ein heal dabei? nein? nö natürlich nicht wer braucht denn sowas? ja ja nein 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 ich bin tot sauber jo was habe ich eben gesagt ich steffeln erstes ich glaube ich darf nicht mal recht oh ein heal hätte ich eben gebrauchen können gut dass ich ihn jetzt kriegen konnte ja ich habe keinen mana mehr und jetzt müssen wir schon wieder lowlife ja ja und der cinch ist afk aber der restartet das game hat er gesagt die frage ist nur wie lange braucht der zum restart nimm du keine ahnung eine stunde die frage hat sich gerade erledigt äh ich bin gerade nur am sterben gibt es da einen Grund für? ja ich denke naja ich brauche jetzt erstmal ein bisschen ability power dann läuft es dabei wieder hoff ich wow wir haben eigentlich blöde gems erwischt so im endeffekt wow ja ich glaube auch immer diese scheiß bombe auf mir ja ich glaube auch immer diese scheiß schuhe teils im schulabfall ne ich habe schon wieder die bombe ja maus aus ich bin immer der außerwählte ich brauche auf jeden fall ulti damit kann ich ah jetzt habe ich ulti ja mit der ulti kann ich hier auf jeden fall mehr anrichten ja das sieht ja schon mal besser aus jetzt mach dann äh quad äh triple kill oder quadra kill ein double kill hat auf jeden fall ja soo rupen hat es sehen der wir haben eigentlich viele ap gegner das heißt ich will mit meinem magier resistenz schuhe ein bisschen die magier resistenz erhöhen ein bisschen die magier resistenz erhöhen ein bisschen die magier resistenz erhöhen bei wukong empfiehlt es sich ja immer ein bisschen so jeden schaden so zu kombinieren ist ja allgemein so bei nahe kämpfern so alter der hat mich gerade 200 beiden aufgezogen nicht schlecht netter damage muss ich schon sagen ich habe die bombe ich bin tot ja ja gut dass wir aber auch noch einen cinched haben weil der passt eigentlich jetzt gerade so noch ganz gut rein auch fragt er hat sein der die ulti von stil dann bekommen aber sollte sterben ja und ich wette ich sterbe jetzt gleich wieder durch die dorn von sugar ja ich glaube auch im moment sind wir nur in die talle rein passiert mir eigentlich fast nie aber heute ist mal wieder so ein tag wo steve ja ich muss dran ach das ist deine ulti steve jaja ach ich habe dir die ganze zeit was äh falsch ich darf die ganze zeit der gegner habe ich aber die haben ja gar keinen victor oh fuck Das läuft nicht so, wie es läuft, Leute. Nee, nicht wirklich. Geh weg, ich habe die Bombe. Ja, ja, ich hätte mich getroffen. Wow, das ist natürlich sehr blöd, wenn man mit der ultige Stunt ist. Ich mache immer einen Kill und sterbe direkt. Ich bräuchte mal einen kleinen Kill-Trigger, damit ich mal Gold habe und mir was gebraucht. Kim Prost hat gehalten. Ja, wieder betreut. Ja, wieder betreut. Oh ja, oh ja. Ich bin gleich wieder. Ich warte mal, bis die nächsten Heildinger kommen, damit ich die auch einsammeln kann. Weil, das kommt gleich ein Tripper-Kill. Der Showgolf macht 100% gleich noch so einen Forsa oder so. Der Showgolf ist grad schon am wachsen wird immer schwieriger Hey guck das mal an, guck dir mal an so wie ich live mach Ich hab 30 Leben, ich nehme das erste Heiling, ist okay? Jaja Ok gut geholfen, das heißt nicht 200 Leben bin ich trotzdem nach 20 Sekunden Ja Alter Ja Der hat mich, bevor ich meine Ulti gemacht hab, mit seiner Ulti gepackt Schade Ihr wartet nur ein Double Kill darauf Fick zu werden, ey Ja, das wird ein sehr sehr schnelles Spiel, denke ich Ja, eigentlich schon Schade Naja Wie geben wir uns denn nicht Kampflos geschlagen Ich sehe auch, ich werde natürlich mit 2 hinterledigt Ich werde natürlich mit 2 hinterledigt Ja Na, ich muss auch wieder einiges einstecken Kann man die Ulti eigentlich lenken? Ja, ja Auch Wenn man nicht, äh Unbedingt Auf Die Kugel aufpasst Und ich auf sich selbst Ja 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 Nein Du kriegst mich nicht Niemals Ja 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 Es rächt mich Sehr gut Du nennst mich Spitzka OMG Mit mich Ja 6 kills ist doch gut Auch immer Nein Ich hab meinen Flash nicht gelissen Ach Scheiße Der hämmert ja einer Intensiv auf seine Tasten rum Wer denn? Ich? Ja du Aber das ist wegen dem Mikro Man hört es sehr laut Aber läuft Ne das ist aber Nur bei euch so Also in dem Video selber Ist das nicht so extrem So muss das sein Mensch Ja man Ich muss jedes Mal ne neue Tastatur benutzen Showgast nicht töten Was schreibst du denn da genau auf? Scheiße Boah das sieht ja stummt Hast du den Mundschuh geklebt? Hast du den Mundschuh geklebt? Jaaa Machst du das nicht ich auch? Nö Voll cool Muss man auch machen Ich bin total abgeliebt Ich hab über die meisten Tote Äh Kann passieren Sollte aber nicht passieren Alter das kann doch nicht sein mann Der Schoker soll auch noch sterben Der ist zu groß langsam Hat der überhaupt schon mal einen Death? Nö 14 0 Ja Ich lebe noch Ich lebe noch Aber noch ein bisschen Magieresistenz Geil Einmal Ja Das Ende geht ja irgendwie auch auf voll AP Scheißbombe Scheißbombe Wie kann man einen Spieler weiter versorgen? Via Shogar Ihr kriegt mich nicht Ihr kriegt mich nicht Jo Hoffentlich hat's geschmeckt Hmm lecker Asche Ja War bestimmt heiß Und wir finden zu deinen Laser Ja geht so ne Ganz interessant aber sonst Bring me a real challenge 9000 Kilo hat der Soll ich mir gratulieren Oder Ja zum Beispiel Ich meine Er macht's selbst Wenn er den Quip kriegt Ja 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 wünschen geht immer das leben holen ja schnell direkt mal das oben mit ja es hat ja schon 10.000 ich will aber nicht werden doppelkirchen ich würde mal eher sagen aber doppel im halben zu leben Ich hab 6,50 Ja, das ist auch 6,50 Wenn der das Leben jetzt Der ist so ein behinderter Spacken Wer? Schöner mal, Junge. Willst du? Nimm du zuerst Nee, nimm du, nimm du Ich will sowieso jetzt sterben, damit ich mir Sachen holen kann Vielleicht auch Ich kann mir das schon leisten, ich lass mich mir jetzt mal töten Vielleicht können wir auch ein paar Sachen mit Ja, aber mach wenigstens noch ein bisschen Damage Boah, jetzt hast du sowieso nicht Nein 3,50 Am Fee hab ich jetzt mittlerweile Das kannst du nicht wirklich spielen, aber Das ist nicht so gut Nein, nicht killen, nicht killen Aber geht doch Aber geht doch Cam Cross hat's ja Boah Ich will diesen Namen Ultranice, ich werde den annehmen Realize Kim Cross hat's ja Und laut wie das aussah Dass der den, den riesen da Den riesen Sugar aufgepackt hat und Über sich geworfen Ja, Mann War wie so'n Wie so'n riesen Baby Lade ihn noch in den nächsten Tagen hoch Für die Aufnahme Ich wünsche das noch leer während Während Schulaufarbeit ist Ich glaube, ich wüsste auch heute schon Nicht killen, ne Den Schoogas oder? Nja Naja Er wird so oder so irgendwann drauf gehen Ja kann ich auch denken, aber Lass wir noch ein bisschen zappeln ich muss mal vorbei da wird er jetzt wieder belebt boah das ist schon so gut du kriegst ja auch ein bisschen bei den 500 gold so bin gestorben ohne dass sie einen kill bekommen haben sehr gut so kaufen wir mal ein bisschen damage hier noch oh mein gott brand was hat er sind für ein problem ja weil ich ihm das leben geklaut habe ja das game könnte echt noch interessant werden ja im late game ne brand ist auf jeden fall im late game ich kann ja nicht immer direkt fürs blatt machen mit dem ich wundere mich der sugar will auch nicht sterne ne vielleicht versucht er die null zu halten aber ich denke mal das schafft er nicht komm achso ich hol mir dann das zweite god emote joh 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 Achtung Bombe naja ich wurde nur verlangsamt Was hat ihr das jetzt gebraucht? Nicht auf den Shogar! Bloß nicht den Shogar erledigen, dass er nicht failt, weil wenn er sich gleich Quip holt, dann können wir nicht das Spiel nicht mehr gewinnen. Nein, was machst du? Lass ihn in Ruhe! Nein! Killt ihr den? Oh mein Gott! Fail! Fail singed! Look up! Da kill mal lieber die beiden! Hey der killt den! Oh mein Gott! 560 Goal gibt es und jetzt haben wir ein Problem! Oh ja! Jetzt haben wir ein fettes Problem! Jetzt müssen wir probieren irgendwie durch zu pushen! Sonst haben wir schlecht gehabt! Ja! Weil 13.000 Jahre bist du Spaß! Komm durch! Durch! Das wäre jetzt richtig bitter! Der kann jetzt schon schocken aber verliert dann das Game! Mal sehen was er jetzt alles hat, alter! Der hat bestimmt voll Equip! WM! Schurgas hat sich bisher gar nichts gekauft! Ne, man muss den erstmal wieder sehen bevor man seine Quip sehen kann! Achso, achso! Und das ist er jetzt quasi! Da kommt Sion wieder! Na da ist er! Achso, okay! Okay! Aber er ist nicht mehr so riesig! Er ist aber komplett ausgerüstet hier! Aber sonst... Alles möglich jetzt jetzt! Ja, aber das könnte er immer noch! 420! Oha! Ich habe mehr höhere Werte als der! Der ist halt noch ein bisschen tankiger als ich! Ja, und dann wäre es mehr... Gegen Appähler sind seine Fähigkeiten noch effektiver! Ja! Ich halte da nichts aus! Ist ja nass! Ich geh jetzt mit Ulti rein! Direkt hier auf den Sugar drauf, Alter! Boom! Tod! Seine 13.000 Gold haben wir auch nichts verbracht! Äh... Hat der jetzt sowas wie ein... Wir verlieren... Teil der Hill kaufen oder so? Ja, okay! Wir haben uns vorher noch gewonnen! Ich habe gedacht, wir haben ihn zu verlieren! Ja! Ich habe 12, 15! Das ist so bescheiden der D! Also... Ja, Leute! Dann... Waren wir am Ende doch noch siegreich! Ja! Yes, Baby! Brand... Richter ist... Victory ist... Ja... Wir bedanken wir uns recht herzlich für´s Zuschauen! Bis zur nächsten Folge! Ciao! T uitium! Döööööö. Untertitelung des ZDF, 2020